Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei sind. Diesmal sind wir zu Gast auf dem 10. Berufemarkt in Kamenz. 80 Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen der Region haben sich hier den Schülern und Jugendlichen vorgestellt. Natürlich auch auf der Suche nach dem nächsten Lehrling, nach dem nächsten Azubi. Es ist der insgesamt 10. Berufemarkt, also ein Jubiläum. Es gab etwas zu feiern und es gab eine Extra-Torte, die hier von den Prominenten angeschnitten wurde. Die wurde übrigens hergestellt von Lehrlingen des beruflichen Schulzentrums für Ernährung in Bautzen. Übrigens noch mehr Informationen zum Berufemarkt in Kamenz gibt es in unserem Live-Blog. Finden Sie auf unserer Internetseite unter www.oberlausitz.tv.de. Wir haben für Sie eine wirklich pralle Magazin-Sendung vorbereitet und beginnen wie gewohnt mit unserem Nachrichtenüberblick. Und nicht verpassen, unser Countdown zum Tag der Sachsen in Löbau. Anfang September, noch sechs Monate sind es nur. Bis dahin, wir haben uns mit Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz und mit Joachim Birnbaum vom Veranstaltungsmanagement zum Interview vereinbart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017